Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nehmen Sie mir einen Zweifel. Oder Sie mir einen. Sagen Sie mal, habe ich zu viel getrunken? Oder machen Sie mich an? Was? Avancen. Schöne Augen. Avancen. Beim ersten Mal in meinem Auto war das eher Zufall? Beim ersten Mal warst du es. Beim zweiten Mal auch du. Und beim dritten Mal war ich's auch wieder. Komm! Was hast du heute Abend zum Essen geplant? Oder hast du es vergessen? Aber nein, ich hab's nicht vergessen. Du hast doch keine Pizza geholt. Das ist ein Witz. Ich glaub's ja nicht. Wenn er genug Sex mit seiner Mutter hatte, kommt er zurück. Guten Tag. Und was hast du vor? Lass uns darüber reden. Worüber sollen wir reden? Über deine hitzige Liaison mit einem Typ im Alter unserer Töchter? Meinst du, es hätte mit uns geklappt, wenn wir uns in einem anderen Alter getroffen hätten? Ich glaub nicht. Ich wär nicht bereit gewesen. Dann bin ich ja im richtigen Moment gekommen. Das ist doch lächerlich! Was denn? Bin ich kein guter Gehörter? Ist es das? Dann halt mich zurück. Na los! Bin ich kein guter Gehörter? Bin ich kein guter Gehörter? Bin ich kein guter Gehörter?